Komm nach Neuseeland, Izzy. Das wird toll. Wir vermissen dich alle ganz doll. Bei dir ist Weihnachten im Sommer? Das ist echt verrückt. Dieser Umzug ist eine Veränderung. Wir gewöhnen uns schon dran. Versprochen. Das sehe ich anders, Mom. Es passieren seltsame Dinge. Ich sollte bei dir da drin sein. Nein. Sie vertrauten mir. Du hast keine Ahnung von Pferden. Du hast gerade mal fünf Minuten da und wir alle folgen dir und tun was Verbotenes. Was hast du eigentlich da drin? Gar nichts. Was führst du im Schilde? Was führst du im Schilde? Wieso ist meine Familie so verrückt? Eine der Teilnehmerinnen und anderen, eine etwas echte Kandidatin, is in Brown. Ich will sterben. Auf der Stelle. Nicht schwimmen. Gesundheitsgefahr. Wann ist das passiert? Wir waren erst vor einem Monat hier. Das ist unser Wasser und niemand hat uns nach unserer Meinung gefragt. Oh, Mom. Ihr habt also aus meiner Freundin eine Kiwi gemacht. Nein, sie ist voll die Londonerin. Vielleicht bin ich ja weder noch. Vielleicht beides. Okay, beides. Vielleicht bin ich ja auch global. Thank you! Oh, ha! Du willst mir erzählen, dass dieses weiße Pferd aus dem Nichts auftaucht? Es hat sich angefühlt, als hätte ich mystisch Erinnerungen gesehen. Du denkst, ich bin eine Spinne, oder? Auf jeden Fall. Vielleicht solltest du es als Gabe betrachten. Ich bin eine Spinne, oder? 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 Vielen Dank.